Wespen im Garten können den sommerlichen Genuss schnell trüben, besonders wenn sie angelockt durch süße Speisen und Getränke in Scharen erscheinen. Um diesen ungeliebten Gästen auf natürliche Weise zu begegnen, ohne zu extremen Maßnahmen greifen zu müssen, bietet sich der Einsatz von bestimmten Pflanzen an. Diese senden Düfte aus, die Wespen unangenehm finden und somit effektiv vertreiben können. Die folgenden zehn Pflanzen eignen sich hervorragend zu Wespenabwehr. Eukalyptus ist bekannt für seine starken ätherischen Öle, die viele Insekten, einschließlich Wespen, effektiv vertreiben. Die Pflanzung von Eukalyptus in ihrem Garten kann helfen, eine wespenfreie Zone zu schaffen, besonders wenn die Blätter in der Nähe von häufig genutzten Bereichen platziert werden. Der charakteristische Duft des Lavendels, der oft mit der Provence assoziiert wird, ist für Wespen äußerst unangenehm. Lavendel kann entlang von Wegen oder rund um die Terrasse gepflanzt werden, um eine natürliche Barriere gegen Wespen zu schaffen. Gleichzeitig dient die Pflanze als attraktive Bienenweide und fördert die Biodiversität im Garten. Die leuchtend Orangen oder gelben Blüten der Ringelblumen ziehen nicht nur Blicke auf sich, sondern ihr Duft hält auch Wespen fern. Die Pflanze kann entlang des Randes von Beeten oder nahe bei Sitzgelegenheiten angepflanzt werden, um Ruhezonen vor Wespen zu schützen. Ringelblumen sind zudem einfach zu pflegen und bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie viele Nützlinge im Garten anziehen. Thymian strömt einen intensiven Duft aus, der nicht nur für Menschen angenehm, sondern auch für Wespen abschreckend ist. Thymian lässt sich leicht in Beeten oder Töpfen anbauen und kann auch zum Kochen verwendet werden, was ihn zu einer doppelten Bereicherung für den Haushalt macht. Pfefferminze ist bekannt für ihren starken, frischen Duft, der durch den hohen Mentholgehalt entsteht. Dieser Duft ist besonders effektiv, um Wespen abzuschrecken. Pfefferminze lässt sich leicht anbauen und kann auch in Töpfen kultiviert werden, was sie ideal für kleine Gärten und Balkone macht. Außerdem kann die Ernte der Pfefferminze in der Küche verwendet werden, etwa für Tees oder als erfrischendes Kraut in Sommergetränken. Die Zitronenmelisse hat einen starken, zitronenähnlichen Geruch, der durch das Zerreiben der Blätter intensiviert wird. Diese Methode ist besonders effektiv, um Wespen von Essbereichen fernzuhalten. Zitronenmelisse wächst schnell und kann leicht beschnitten werden, was sie zu einer praktischen und schönen Ergänzung für jeden Garten macht. Duftgeranien sind besonders vielseitig, da sie in verschiedenen Duftvarianten wie Cola, Orange, Pfefferminze und Zitrone verfügbar sind. Diese Geranienarten produzieren starke, wespenabwehrende Aromen, die als natürlicher Schutzschirm gegen die Insekten wirken. Zudem sind sie pflegeleicht und können sowohl im Gartenbeet als auch in Töpfen auf Balkon und Terrasse angepflanzt werden. Die Blütenpracht der Duftgeranien ist nicht nur schön anzusehen, sondern trägt auch aktiv dazu bei, den Aufenthaltsbereich im freien Wespen freizuhalten. Basilikum, ein weiteres stark duftendes Kraut, ist besonders wirksam gegen Wespen. Sein kräftiger Geruch schützt die nähere Umgebung und macht ihn zu einer idealen Pflanze für Balkone und Terrassen nahe Essbereichen. Basilikum ist zudem ein unverzichtbarer Bestandteil vieler Rezepte, was ihn zu einer nützlichen und attraktiven Pflanze macht. Tomatenpflanzen geben einen spezifischen Geruch ab, der Wespen fernhält. Dies macht sie zu einer guten Wahl für Gartenbereiche, in denen oft gegessen wird. Obwohl Tomaten anfällig für einige Schädlinge sein können, ist ihre Fähigkeit, Wespen abzuwehren, ein großer Vorteil für die Integration in den Gemüsegarten. Rosmarin ist eine robuste Pflanze, die nicht nur wegen ihres aromatischen Duftes geschätzt wird, sondern auch wegen ihrer Wirkung gegen Wespen. Die Pflanze kann in der Nähe des Grills oder der Outdoor-Küche gepflanzt werden, da ihr starker Duft die Gerüche von Speisen überdeckt und Wespen abwehrt. Zusätzlich ist die Pflanze eine hervorragende Ergänzung für viele Küchenrezepte und bietet ganzjährig frische Kräuter. Indem man diese Pflanzen an strategischen Stellen, besonders nahe Essbereichen, platziert, lässt sich eine wespenfreie Zone schaffen, ohne auf chemische Mittel zurückzugreifen oder die Insekten zu schädigen. Es ist zudem gesetzlich untersagt, Wespen mutwillig zu töten. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz darf man wild lebende Tiere nicht ohne vernünftigen Grund fangen, verletzen oder töten. Wenn Du jetzt noch wissen möchtest, welche 10 Pflanzen in Deinem Garten streng verboten sind, dann schau Dir noch dieses Video an.